Tja, das wüssten viele gerne. Deswegen gibt es auch einen Untersuchungsausschuss, der trat am Vormittag zusammen. Da ging es jetzt mal konkret um die Frage, als dieser Thüringer Heimatschutzbund auflog, da sollen sehr viele Akten vernichtet worden sein, Akten geschreddert worden sein. Und damit befasste sich dieser Ausschuss. Und wir haben Statements im Anschluss an diese Ausschusssitzung, die von 10 bis etwa heute Mittag dauerte. Die FDP-Fraktion hat diese Sondersitzung des Untersuchungsausschusses beantragt, weil wir uns neue Erkenntnisse vom Bundesinnenministerium erwarten. Ich muss gestehen, ich bin fassungslos, wie die Sicherheitsbehörden mit den Akten umgehen und umgegangen sind. Ich halte es für richtig, dass hier eine klare Aussage auch kommen muss. Ich glaube schon, dass nachdem jetzt in letzter Zeit eine ganze Reihe von Vorkommnissen über Aktenvernichtungen, über Löschungsfristen und die Nicht-Einhaltung von Löschungsfristen an die Öffentlichkeit gekommen sind, dass wir hier Aufklärung beim Untersuchungsausschuss auch brauchen. Aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, dass das Bundesinnenministerium jetzt und auch die Länderbehörden einen Aktenvernichtungsstopp durchsetzen, dass es bei den Ländern als auch beim Bund zu keinen weiteren Aktenvernichtungen in Zukunft kommen kann. Ich muss gestehen, ich bin davon ausgegangen, dass eine Aktenvernichtung seit dem Aufkommen des Terrortrios nicht mehr stattfindet. Der Untersuchungsausschuss muss die Möglichkeit haben, sämtliche Akten auch entsprechend einsehen zu können und ein Gesamtbild zu erstellen. Wenn Akten vernichtet werden, ist dieses nicht möglich. Deswegen fordere ich auch das Bundesinnenministerium auf, spätestens jetzt für den Zeitraum der weiteren Untersuchungen und der weiteren Ermittlungen im gesamten Bereich Rechtsextremismus keine weiteren Akten mehr zu vernichten. Was sagen Sie denn zu den jüngst bekannt gewordenen Aktenvernichtungen im Innenministerium vom 14. November 2011? Wir erwarten jetzt ein Gesamtbild darüber, wann welche Akten vernichtet worden sind, wer die Anordnung vorgenommen hat und wer sie auch vollstreckt hat. Und hier gehe ich davon aus, dass wir im Untersuchungsausschuss, jetzt auch in der Beratungssitzung, entsprechende Aussagen auch seitens des Bundesinnenministeriums bekommen, welche Akten von wem angeordnet vernichtet worden sind. Geht es konkret bei Ihren Fragen an Herrn Engelke auch darum, ob es vorsätzlich vernichtet wurde? Gehen Sie davon aus oder gehen Sie davon aus, dass das ein Unfall war? Wir wollen, dass uns sämtliche Akten zur Verfügung stehen und wir wollen auch wissen, warum die Akten vernichtet worden sind und von wem dieses auch konkret angeordnet worden ist. Wer ist verantwortlich und mit welchen Begründungen wurden hier entsprechend Akten vernichtet? Wir werden heute in einer Sondersitzung des Untersuchungsausschusses uns insbesondere mit der Bundesregierung auseinandersetzen müssen. Ich gebe zu, ich bin, obwohl wir einiges gewöhnt sind, fassungslos, dass das Bundesinnenministerium offensichtlich nach dem Auffliegen des NSU noch die Vernichtung von Akten angeordnet hat, ohne zu wissen, inwieweit sie für die Untersuchungen relevant sind. Das wird uns die Bundesregierung heute erklären müssen. Zweitens, vielleicht ungewohnt, aber ich schließe mich einer Forderung des scheidenden Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Fromm, an. Ich denke, es ist ein Moratorium zu verfügen, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass keinerlei Akten mehr bis zum Abschluss der NSU-Untersuchung vernichtet werden. Ich bin jetzt in diesem Moment einfach nur ganz unglaublich genervt, was das Thema Aktenvernichtung angeht. Gestern Abend kam nochmal wieder eine Meldung, dass das Bundesministerium des Inneren Akten Vernichtung angeordnet hat. Wir kannten das schon aus den geheimen Akten, aber ich will Ihnen ganz offen sagen, jetzt muss mal Schluss sein mit jeglicher Form der Aktenvernichtung, Dass überhaupt ein einziges Blatt Papier in den Sicherheitsbehörden vernichtet wurde oder eine einzige Datei gelöscht wurde, nachdem bekannt wurde, dass die Zwickauer Terrorzelle zehn Morde begangen hat und viele Banküberfälle und Sprengstoffanschläge, ist ein einziger Skandal. Und ich erhoffe mir jetzt von unserer Sondersitzung eine lückenlose Aufklärung durch das Bundesministerium des Inneren, wann, zu welchem Zeitpunkt, welche Akte wo vernichtet wurde, wer das angeordnet hat und welchen Hintergrund das hatte. Denn diese Aktenvernichtung nähert nach wie vor die Spekulation, dass damit etwas vertuscht werden sollte. Und diesen Verdacht möchte ich eigentlich gerne ausräumen, beziehungsweise ich möchte wissen, was in den Akten stand und warum sie vernichtet wurden. Wie sieht es sich der Forderung nach einem Moratorium zur Aktenvernichtung an? Absolut. Der Vorschlag von Herrn Fromm, jetzt ein Moratorium der Aktenvernichtung zu machen und kein einziges Blatt Papier mehr zu vernichten, keine einzige Datei zu löschen, ist ein guter Vorschlag. Und ich hoffe, dass jetzt alle Sicherheitsbehörden im Bund und im Land nichts mehr vernichten und vor allen Dingen auch alle Aktenbestände durchsuchen. Denn genauso skandalös ist ja, dass jetzt ein halbes Jahr oder länger danach plötzlich noch Akten gefunden werden in irgendwelchen Kellern. Also ich bitte jetzt alle Sicherheitsbehörden, alle Bestände durchzugucken und nichts zu löschen. Das Thema von Akten... Noch? Okay. Die Vernichtung von Akten ist ein sehr sensibles Thema. Wir werden deshalb in der Beratungssitzung auch nochmal über die neu aufgetretenen Fragen zu sprechen haben. Ich kann nur empfehlen, dass man dieses Moratorium ab sofort keine Akten mehr zu vernichten oder zu löschen, die einen Bezug haben könnten zu diesem Verfahren, wirklich jetzt einführt. Sinnvoller wäre es gewesen, nach meinem Dafürhalten, wenn man von Beginn an gesagt hätte, wir löschen oder vernichten grundsätzlich keine Akten, die noch irgendwie relevant sein könnten. Weil niemand Anfang November mit Sicherheit sagen konnte, brauchen wir diese Akte noch oder brauchen wir sie nicht mehr. Deshalb waren diese Löschvorgänge, selbst wenn sie bürokratisch oder vom Verfahren her geboten waren, doch in einigermaßen politisch unsensibel. Und man hätte da etwas sorgfältiger herangehen müssen. Das, was heute zum Teil in den Medien kolportiert wird über Löschvorgänge von Telefonüberwachungsprotokollen, ist für uns allerdings nicht neu. Darüber war der Ausschuss informiert. Das war auch in den Unterlagen entsprechend vorhanden. Also daraus ergibt sich jetzt kein zusätzlicher Aufklärungsbedarf. Wichtig ist aber, ab sofort dürfen Akten, die mit diesem Verfahren zu tun haben könnten oder noch relevant sein könnten, nicht mehr gelöscht werden. Aber das ist das Einzige, was im Moment noch hilft. Tja, Tilman Mayer, Sie sind selbst im Gesprächskreis Nachrichtendienst, sind also sozusagen quasi auch mit sehr vielen Informationen versehen. Ist das für Sie skandalös, was da passiert ist, diese Aktenvernichtung, oder ist das ein Routinevorgang, der zu entschuldigen ist? Der Gesprächskreis Nachrichtendienste ist einer, der sich mit ehemaligen Mitgliedern der Dienste beschäftigt. Eine Mischung aus Wissenschaft und Praxis. Insofern kann ich den Blick von außen auf die Dienste werfen. Und da ist es schon natürlich auffallend, dass dieses Thema überhaupt aufkommen muss, Aktenvernichtung. Weil das einerseits selbstverständlich ist, natürlich in so einer Behörde, andererseits in einem derartig akuten Fall natürlich kaum irgendwo. Das ist ja der Punkt, da hätte doch die Vernunft eigentlich sagen müssen, stopp, die halten wir noch uns warm. Also liegt da Absicht vor, das unterstellt natürlich. Sodass man natürlich einfach fragen muss, ob da ein Interesse dahinter steckt, dass man hier etwas vernichten will, was vielleicht unangenehm in der Öffentlichkeit auffallen würde. Weil sozusagen in der Phase des Vorherigen geschlampt wurde, unsauber gearbeitet wurde, große Lücken sind. Ja, oder aus der Beobachtung dieser Szene heraus etwas entdeckt wurde, was jetzt eigentlich relevant gewesen wäre. Und man hat es nicht ins Spiel gebracht. Von daher entsteht ja ein schuldhaftes Verhalten in den Diensten, in den entsprechenden Rängen. Und das möchte man kaschieren durch eine derartige Aktion, die ja in sich auffallend ist. Insofern natürlich eine unmögliche Situation. Auch für den Präsidenten, darum ist er zurückgetreten, auch wenn er persönlich keine Verantwortung eigentlich hat. Wie bewerten Sie denn die Arbeit des Verfassungsschutzes im Zusammenhang mit der Terrorzelle in Zwickau? Ja, also der Punkt ist eben, dass es diese Morde gegeben hat und man hat den politischen Charakter nicht entdeckt. Das ist ja das Merkwürdige, dass man im Nachhinein eben natürlich klüger ist. Dieser Zusammenhang entsteht nicht. Das heißt, es ist schon ein Problem der Vernetzung der Sicherheitsdienste insgesamt, dass sie auf sensible Dinge sich nicht untereinander austauschen können. Und da muss, glaube ich, durchaus etwas geschehen, dass wir meinetwegen auch elektronisch eine bessere Kontaktierung untereinander zulassen dürfen. Das geschieht nicht und das hat diese verhängnisvolle Konsequenz. Insofern ist, glaube ich, nicht eine Schrumpfung oder Erweiterung, sondern eine bessere Vernetzung eher die Lösung. Glauben Sie, dass der neue Präsident Hans-Georg Maaßen, heißt er, ab 1. August, das packen wird, diese stärkere Vernetzung? Oder dass er scheitern wird, weil die Strukturen einfach zu sehr zwischen mein und dein unterscheiden? Also er wird natürlich auf einen Erfolg aus sein und der Erfolg wird sich höchstwahrscheinlich nur einstellen, wenn eben zugelassen wird, was man durchaus von politischer Seite ja auch mit Bedenken betrachtet, dass diese Vernetzung legitim ist, zugelassen werden darf. Da ein Lösungsset zu finden, das wird seine Aufgabe sein und sonst wird er das nicht überleben. Der neue Präsident steht ja schon, bevor er sein Amt angetreten hat, heftig in der Kritik. Erklären Sie uns nochmal, warum und wieso und wie berechtigt Sie diese Vorwürfe auch halten? Er war vorher schon in Verfahren involviert, wo er eine gewisse Auffälligkeit bewiesen hat in seinem rigorosen Zugriff. Aber ich denke, er hat eine Chance, entsprechend hier jetzt anzutreten, auch als Fachmann aus dem Innenministerium heraus. Man sagt andererseits, die Leitung einer derartigen Behörde hat er noch nicht erfahren oder darin Erfahrungen. Aber ich denke, er wird seine Chance haben. Kurzer Ausblick auf die Reformen des Verfassungsschutzes. Sie sagen stärkere Vernetzung. Welche neuen Aufgaben sehen Sie für den Verfassungsschutz? Also es wurde ja gestern bei der Vorstellung des Berichts klar durch den bisherigen Präsidenten, dass dort ja nach wie vor, obwohl wir jetzt nur über diese Morde hier reden, die größte Gefahr vom Islamismus ausgeht, von den Salafisten. Und dieser Faktor steht nach wie vor natürlich im Zentrum der Beachtung, nicht der Rechts- oder Linksextremismus, so sehr er natürlich hier jetzt diese Schlagzeilen macht und berechtigterweise. Aber eine Gefahr für die Bundesrepublik geht hauptsächlich eben von dieser Kraft aus. Insofern werden wir uns auch darüber dann noch viel stärker auseinandersetzen müssen, denn das ist die Kernaufgabe. Nicht jeder weiß es. Erklären Sie nochmal die drei großen Institutionen. Bundesamt für Verfassungsschutz, MAD und BND. Bundesnachrichtendienst, ja genau. Bundesnachrichtendienst für den äußeren Schutz, militärischer Abschirmdienst für die Überwachung der Soldaten und der Aktivitäten, die es dort ja auch gibt. Übrigens auch salafistische Art. Und dann der Inlandsdienst, Bundesverfassungsschutz, der eben auf Bundes- wie auf Länderebene agiert und sofern natürlich unterschiedliche Strukturen hat, im föderativen System verankert ist. Und daraus entstehen natürlich auch immer und immer schon gewisse Friktionen, mit denen man natürlich umgehen können muss. Ich sage schon mal herzlichen Dank für diese Information.